So, es geht weiter. Wir gehen von Kree weg. Wieder nach Tarant, um den Gelehrten aufzusuchen. Vor allem, ja, ja, und vor allem, um das Gelehrten Schaubild anzusehen. Ich glaube, jetzt, wenn man mal heilen wird jetzt der liebe Würge, der sich einmal in einen abzaubern, und festfühlt, dass ich nicht mehr so gut heilen kann, dann mögen wir uns mal überlegen, wo sind eigentlich meine ganzen Leute hin? Moment mal. Spielladen. Ah, müsste das letzte gewesen sein? Ist die noch gestorben? Okay. Da fehlen mir doch ein paar Leute. Also, mindestens mein lieber Echsenmensch. Und eigentlich genau der. Hier. Ähm, Moment. 21.29. Gestorben. 4.05.192. Das ist noch ein bisschen besser, glaube ich. Auto-Safe. 4.05.192.1907. Nein. 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 Dann nehme ich mal Auto-Safe und gucken, ob er da noch lebt. Was zur Hölle? Wo ist denn der bitte gestorben? Das kann ja bitte nur hier drin gewesen sein. Oder ist der weggelaufen? Warum ist der jetzt weg? Wahrscheinlich habt ihr das schon die ganze Zeit bemerkt, irgendwie in irgendeiner Form, und habt euch gefragt, weil ich das entdecke. Ähm. Ich habe es nicht bemerkt. Da lebt noch jemand. Okay. Waren wir also letztes Mal da drüben. Dann müsste er hier irgendwo eine Leiche rumliegen von dem lieben, wie auch immer er heißen mag. Ich weiß, dass er seinen Namen kennt. Das ist eigentlich auch gar schon peinlich. Gut, liegt aber daran, dass ich meinen Namen einfach mal gar nicht merke. Es kann mich an, dass ich jetzt mir irgendeinen Kameraden verloren habe, was ich bemerkt habe. Ich meine gut, zugegeben, bei den ganzen, äh, bei den Schlachtengewirre jedes Mal. Nee, du bist keine Leiche. Äh, ist das nicht wirklich verwunderlich? Du bist auf jeden Fall nicht der Richtige. War ich hier vorn schon? Hab die beiden Leute getötet? Ja. Das war ich schon. Ist hier jemand von mir zu Tode gekommen? Ihr sieht eigentlich nicht so aus. Wo ist der Typ hin? Ich glaube, ich war hier hinten auch schon mal. Äh, liegen hier schon irgendwelche Leichen rum? Nein. Gehen wir trotzdem mal durch. Ich will jetzt herausfinden, wo der hingel... wo der gestorben ist. Wir haben hier Leute getötet, okay. Ist der denn hier irgendwie zu Tode gekommen? Hier ist auch jemand gestorben. Der kann jetzt auch wirklich weggelaufen sein. Hier ist jemand gestorben. Menschengaulat, das sind aber alles Menschengaulat. Das sind alles unwichtige Leute. Ihr lebt noch. Drei Leute von euch leben. Warum, Mann? Warum? Wie bist du hier gestorben? Das kann... Nee, das kann ich nicht zulassen. Äh, Spieladen. Was war das? Oh Gott, das würde kalt sein. Das war ja dauern. Äh, was war das jetzt davor? Äh, 4.05. Äh, 8.92. Okay. Ah, ist auch nicht gut. 20.04. Äh, okay. Und 5.04. Äh, nur mal kurz... Oder... Zwischen? Nee, ist noch schlimmer. Nur mal C. Ja, der Spielstand ist ein bisschen älter. Aber zumindest leben alle noch. Wo bin ich hier gerade? Ach so. Ich, äh, verlasse gerade Tarant auf den Weg nach, äh, Kree. Um, äh, dort Leute zu töten und so weiter und so fort. Da haben wir also praktisch mehr wie in letzter Folge, äh, verpennt. Super. Egal. Dann machen wir es halt einfach mal so. Werden uns, äh, direkt zum, äh, Typen begeben. Warte mal ganz kurz. Ich hätte gerne mal ein paar Dinge verhandelt. Und zwar... Das, genau. Die Heistische Gitarcanus. Kann ich mir gleich mal angucken. So, jetzt gilt es auch als gelesen. Das ist ja echt ein bisschen ärgerlich. Kleines Smoking-Jakett. Ist er also irgendwo am Ende auch zu Tode gekommen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Weil da, wo er lag, der liebe Varomon. Varomon, das muss ich ja merken. Der Name ist Varomon. Varomon ist der Name, lieber Echsenmensch. Ähm, dein lieber, äh... Dein lieber Name, ja genau. Ähm, bist du also irgendwie doch in der Mitte zu Tode gekommen, doch wo die größere Gruppe war aus vier Leuten. Ich kann mich noch erinnern, dass irgendwie am Ende irgendein Einzelner oder sowas angegriffen hat. Und er, äh, möglicherweise wurde er irgendwie reingelockt und wurde dann da erschlagen. Das kann durchaus sein. Wäre aber nicht so geil, muss ich sagen. Habe ich also überhaupt nicht gemerkt. Das ist natürlich sehr unangenehm. Aber jetzt vielleicht neuen, äh... Oh ja. Danke. Ich gebe es her. Und auch das hätte ich gern alles. Da müssen wir später nochmal nach Kree zurückkehren. Weil ich möchte ganz gerne wirklich in dieser Folge, ähm... Diese ganzen Göttergeschichten mal ein bisschen versuchen anzugehen. Ich möchte ungern die ganze Folge nochmal wiederholen. Ähm... Und werde das mal irgendwann zwischenschieben. Was bist du denn? Ach, Telegrafenbeamter. Das ist, äh, ganz falsch. Ich wollte eigentlich die nächste Tür rein. Um rauszufinden, ob ich nochmal so einen schönen Stängel Ginkawurzel bekommen könnte. Äh... Kleines Geschäft. Ich bekomme einen. Super. Äh... Noch was? Ja, das hätte ich gern noch. Dann gehen wir noch gleich mal, ähm... Der... Jaina, diese Ginkawurzel. Da ist aber auch viel Krimskrams drin. Das ist echt ein Traum. Und gehen weiter. Wir wollen immer noch zum Gelehrten. Aber wissen wir, was wir machen können? Wir können jetzt einfach mal einen ganz kleinen neuen Weg zum Teil einschlagen. Und zwar... Kohle habe ich noch. Och, so viel Kohle habe ich ja nicht mehr, nicht wahr? Gucken wir mal so ein Stückchen mitnehmen. Eins auf dem Weg. Zum Knabbern, zum Schnuckeln. Ähm... Wir können mal jetzt den, äh... Herrn, wie auch immer, Bescheid geben. Dass wir noch ein bisschen weitergekommen sind, gerade in unseren Quests, was, äh... Die Hauptstory angeht. Vielleicht interessiert er sich ja dafür. Bin ja, ich sage, nicht ganz sicher, ob das überhaupt noch tut. Letztes Mal, als wir da waren, hat er euch jetzt dazu gesagt. Vielleicht müssen wir erst irgendwie, äh... in die Stadt der Dunkel-Elfen eindringen, um dort, äh, um was Neues, äh, für ihn bereitzuhalten. Eine Information, bin mir aber nicht ganz sicher. Gehen wir mal hier hoch und fragen, wie heißt er eigentlich? Mr. Bates, genau. Ihr seid zurückgekehrt. Erzählt mir... Ah, keine Information seit unserer letzten Begegnung. Dann gehen wir halt wieder raus. Und machen das, wofür wir... Ich wollte gerade sagen, bezahlt werden. Ist aber nicht richtig, äh... Sondern wofür, äh, unser Herz schlägt. Und zwar, äh, fahren wir fort in Nebenquests. In unserem Fall gerade die Götter Arcanums. Ich speier schon mal zwischen. Das ärgere mich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen, dass ich, ähm... Dass wir, ähm, das... Ähm... Dass wir, dass wir, warum und verloren haben. Ich jetzt nicht bemerkt habe. Aber schön gespeiert habe ich schon noch. Das ist toll. Äh, das war aber auch ein bisschen, äh... Schwierig. Ist das ja die Universität? Ja. Also es war ein bisschen schwierig, äh, mit, 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 äh... In Kreia rumzulaufen und nicht gestötet zu werden. Hier ist das Schaubel, was ich wissen möchte. Genau. Ähm, hallo Professor Baxik. Dürfte ich wohl einen Augenblick auf eurer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen? Ja. Ähm... Kann ich euch einige Fragen mit der heidnischen Religion stellen? Natürlich. Gibt es noch heidnische Tempel? Ne, was bedeutet das Theagramm daran? Das ist der wichtige Punkt eigentlich. Ah ja, wir nennen das das Mazerien-Mysterium. Und Mazerien war ja auch derjenige, der uns diese komischen mystischen Sprüche gerade, äh, oder in der letzten Folge gegeben hat. Wer war das an Mazerien? Egal, ähm... Okay, kenne ich das noch? Ja, ja, dasselbe, was wir schon mal hatten. Obwohl, Mazerien war ein Elfenmystiker, ähm, der die alten Religion ebenfalls erforscht hat. Das vor rund 300 Jahren schrieb er das Buch der 12 Mächte, bei dem es sich um eine recht rätselhafte Analyse der heidnischen Religion handelt. Das kann ich nur bestätigen, dass es absolut rätselhaft war. Laut Mazerien gab es einen tiefer gehenden Zusammenhang zwischen ihnen allen. Und was wollte man damit sagen, ein tiefer gehenden Zusammenhang? Mazerien glaubte, dass die Götter und ihre Kräfte irgendwie vernetzt waren und dieses Diagramm soll erklären, in welchem Zusammenhang sie stehen. Gewisse Götter vertragen sich nicht mit anderen Göttern. Gott X zeugte Gott Y, der eine Bursche segnet dich, der andere verfluchte dich. Sowas in der Art. Ich verstehe, könnte ich mir das Diagramm vielleicht erklären. Hier ist ein Auszug aus dem Buch der 12 Mächte, das den Sinn erklären helfen könnte. Aber niemand war je im Stande, Mazerien's Mysterium zu lösen. Dieser Auszug findet sich in dem Buch, das ich geschrieben habe. Äh, ich habe ein paar... Okay, kann man das Buch denn kaufen? Offenbar nicht. Ähm, da gucken wir uns kurz mal dieses lustige Schaugramm an. Aha. Ja, das ist ja... Das ist ja, ne? Gut, dass wir das Schaugramm, äh, Diagramm haben. Nehmen wir uns kurz mal die Notizen, die ich letztes Mal gemacht habe. Zu dem wundervollen Buch. Wir haben, wie war das, neun niedere Götter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aber ich zähle hier komischerweise nur, aber ich glaube, es waren wirklich neun. Und drei große Götter, also Halkion, Morindal und, äh, Kaitan. Und dann haben wir noch einen Allvater, der über allen steht. Über allen steht der Allvater, über allem in der Welt. Ähm, wenn ich jetzt nur ansatzweise wüsste, wer jetzt was sein könnte. Warte mal, wir haben Terrell, die Elfengötterinnen und Bäume. Das da ist ein Baum. Wir haben Gästianna, diesen Stillwater, das ist die Passionswurzel, das ist sozusagen die, äh, die Dame, die, der Lüste. Warte mal, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Es gibt also wirklich nur acht, acht niedere Götter. Okay, dann ist alles gut. Ähm, ich habe offen gestanden, dass ich meine, das ist schon mal, wer die drei großen, wer die acht kleinen sein sollen. Ach so, die haben ja auch noch beschrieben, wer von wem abstammt. Das macht die Sache natürlich auch nicht gerade leichter. Äh, diese Linie sind wahrscheinlich Abstammungslinien. Die Sonne, warte mal, Alberich ist der Steinklan. Alberich, Lama, Brocken, das ist irgendein Steingott. Das ist der Widder, weil der Widder ist einfach. Widder hat man, ähm, Widder war Schakar, nicht wahr? Schakar der Knochen durch, das ist der Widder. Okay, das ist also Niederer Gott. Ähm, wie heißt du? Caroline Geld? Der Gott der Gnome oder sowas? Ja, wer auch immer das davon sein soll. Das könnte ja weder Alberich sein, aber auch, ähm, der Allvater. Velorion. Ähm, was haben wir noch? Morindal, Nachtschatten, Wind. Das könnte so Nacht sein, wenn das ein Mond sein soll. Dann ist das da hinten die Sonne oder was? Ähm, dann ist das also sozusagen Halkion oder so. Weil die beiden sind ja irgendwie entgegengesetzt. Tork hat einen Rubin. Tork war der, 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 der Allesesser, der Typ des, ähm, der, 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 des Essens. Also der, der, der Ogre. Und was das da sein soll, ist mir echt unbegreiflich. Ach, war das der Gott der Diebe? Mit der abgeschnittenen Hand, der abgeschnittenen Arm oder sowas? Das wäre dann Bolo. Was haben wir noch? Makal, Bedoakandorf, Herzstein, irgendein Echsen-Typ. Das ist Bakal. Äh, Makal. Das ist relativ simpel. Okay. Bakal. Makal. Da könnte das hier vielleicht Alberich sein. Was das hier sein soll, ist mir nicht ganz klar. Gesterner? Wer ist denn Gesterner überhaupt? Gesterner? Jetzt könntest du Gesterner sein. Das ist wahrscheinlich hier die Elfendame. Also wenn wir jetzt zum Elfen, äh, Schrein gehen würden und da was spenden würden, was auch immer, was könntest du noch haben wollen. Äh, du wolltest irgendeine Elfengöttin, Bäume, du wolltest irgendwas, eine Holzstatuette, eine Litani oder sowas. Okay. Du wolltest, äh, was wolltest du eigentlich haben? Makal. Du wolltest einen Herzstein haben. Alberich wollte Lavastein haben. Ach, du großer Gott. Also ich komme mir mal auf den Stand mal so gar nicht klar. Dieses Rätsel ist, äh, hart, sag ich mal. Sehr hart. Ähm. Aber was wir machen können, wir haben ja auch noch eine Beschreibung, wer irgendwie von wem abstammt. Was die Sache natürlich etwas... Oh, das ist das falsche Buch. Was die Sache natürlich etwas einfacher macht. Also nicht wirklich. Ähm. Terrell, Gott der Weisheit. Okay. Soll ich vielleicht auch mal dazu schreiben? Terrell, Gott der Weisheit. Äh, von dem Siegeszug, bla 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 bla. Ähm. Mächtigste Gottheit, weil Terrell, bla bla bla. Sowohl blind als auch stumm. Er konnte nur durch Wind und Regen sprechen. Äh, hä? Einmal ganz kurz rausfinden, wer Terrell sein könnte. Blind und stumm und Gott der Weisheit. Keines dieser Bilder kann ich da mit irgendeiner Form zusammenhängen setzen. Das sieht aus, als könnte es eine Art Gott der Weisheit sein. Aber das ist einfach nur ein Baum. Ein Baum ist ja auch schön. Ich glaube, ich muss aber ein paar Ausstoßprinzip ein bisschen gehen. Was haben wir noch so? Ähm. Äh, ich würde das richtig ganz gerne lösen. Auf dem Stein. Gestianer, die Göttin der Liebe, ja. Gestianer, eine zentrale Figur. Bla bla bla. Sterbliche Schönheit. Schön, ach so. Das Sonne und Mut zur Göttin nach oben. Das heißt also nicht, dass sie Göttin ist. Also sie ist wie eine Sonne noch Mut. Und die Menschen glauben, dass die Steine irgendeinem Zwielich zulächle. Bla bla bla. Fooling. Ähm. Hm. Ah, ne, ja. Ne. Ne, ne, ne. Albrecht Steingott. Makai Jagdgott der Bedokan. Das ist okay. Irgendwie. Jetzt ehrlich, ich werde wohl so rauskommen, dass ich einfach nur Tridal Error mache. Aber das ist ja echt, äh, das ist ja ein Traum hier. Wisst ihr was? Ich mache Tridal Error. Das ist ja furchtbar. Ähm. Kann man euer Buch eigentlich mal kaufen? Oder so ein Plakat-Dings mitnehmen? Ähm. Weiß ich noch, was ich hier so mache. Bla bla bla. Ja. Okay. Ja, gibt es eigentlich noch heidnische Tempel? Ja, es gibt immer noch Leute, die sie anbeten. Der Ort des Halkion und der Kult der Gisterna sind Beispiele dafür. Die meisten der alten Heidentempel sind zu Ruinen verfallen. Ah, man findet sie immer noch in ganz Arkadum verstreut. Ähm. Okay. Dann machen wir es einfach mal so, wie ich das irgendwann mal gedacht habe. Und zwar werden wir mal jetzt ein bisschen, ähm, uns Zutaten holen. Wir haben ja schon einige davon, glaube ich, im Inventar. Und wir dürften sowieso noch den Rest mehr oder weniger, also wahnsinnig viele, äh, dürften wir in unserer Sammelkiste haben. Das kriegen wir wohl hin. Wir haben schon letztes Mal herausgefunden, dass wir nicht unbedingt die Knochen Gott, also dem, 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 äh, diesen Knochendolch zuerst abgeben sollten. So, was brauchen wir denn? Irgendwas hier. Das ist eine Familiensabstück, bla bla bla. Das will ich schon mal mitnehmen, weil das sieht aus wie eine Holzstatue, also vielleicht ist das so eine Litanie. Ähm. Bam, 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 bam. Wir haben einen Olivenzweig, den brauchen wir. Wir haben bereits den Olivenzweig genau genommen. Wir haben, was gibt es denn noch? Wir brauchen einen Lavastein. Eine Geode brauchen wir auch noch, genau. Ist das Lavastein? Das ist Lavastein. Perfekt. Wir brauchen irgendwelche, achso, Ringe brauchen wir noch oder sowas, ne? Äh, wir wollten Ringe haben. Bolo bei Cardone wollte Ringe haben. Dann nehme ich mal von allen möglichen Ringen einen Ring mit. Ich nehme einen Mythrilring mit. Ich nehme einen Kupferring mit. Ähm. Und den Rest werden wir bestimmt noch finden. Ähm. Wieso habe ich jetzt einen Kupferring? Achso, wegen dem elektrischen Ring. Was gibt es denn noch? Wir brauchen, das haben wir schon, eine Passionswurzel brauchen wir noch. Lavabocken habe ich. Herzstein brauchen wir noch. Äh, Geld habe ich wohl noch. Die Knochendolch habe ich auch noch. Einen Rubin, den habe ich schon abgegeben. Ein schwarzer Diamant. Ach ja, stimmt. Daran haben wir jetzt nicht so viele, glaube ich. Wollen wir überhaupt irgendwie einen haben? Ähm. Moment. Herzstein, Passionswurzel, schwarzer Diamant. Bist du ein schwarzer Diamant? Du bist ein normaler Diamant. Das ist schlecht. Ein ungeschliffener. Du kannst weg und kannst verkauft werden. Wir haben gerade so auf. Wir alle können verkauft werden. Die ganzen ungeschliffenen. Ja, Mist. Der Ramsch. Gut. Ach, ist das ein schwarzer Diamant gewesen? Oh ja, sehr gut. Ähm. Ähm. Ein weiterer ungeschliffener Passionswurzel. Ach, der hat Jaina noch dabei. Gut. Äh. Was haben wir noch? Ringe habe ich. Herzstein. Habe ich wahrscheinlich noch irgendein Inventar? Den Rest habe ich wahrscheinlich verkauft. Labebrocken, Ringe, Geld, Knochendolch, Rubin, Olivenbaube, zwei schwarzer Diamant, Geoden. Geoden. Habe ich also alles, was ich so brauche erst mal. Fragen wir kurz nochmal Jaina, ob die noch irgendwas dabei hat. Hallo Jaina. Äh. Mach das mal ein bisschen. Ne. Was davon. Und dann gibt man dann ganzen Krimskrams her. Und zwar will ich ganz erst das haben. Und das. Das können wir gleich mal da unten rein machen. Und das. Und das. Und das. Dann gibt mir den Herzstein bitte. Und die Passionswurzel auch noch. Und das Geld, was du unrechtmäßig aufgesammelt hast. 80 Gold. Vielen Dank dafür. Ja. Ja. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann werden wir uns gleich mal auf die Reise begeben. Auf eine wahrscheinlich relativ lange Reise. Mal gucken, was wir hier so finden. Wann wurde ich eigentlich geheilt? Keine Ahnung. Ist hier noch Kohle drin? Man kann nicht wissen. Ja. Leider nicht. Dann gehen wir weiter und begeben uns erst mal zum ersten Altar, der sich uns hier so bietet. Welche auch immer das sein mag. Gibt es eigentlich noch irgendwie sowas zum Fahren? Warte mal. Wo ist das nächste Geschäft? Also wo ist das nächste Haltestelle hier drüben? Dann fahren wir nämlich gleich mal raus, um euch ein bisschen Nerven zu ersparen. Wir sind jetzt glaube ich eine Viertelstunde schon unterwegs, ohne dass wir eigentlich irgendein einzigen Altar mal betrachtet haben. Aber ich würde ganz gerne jetzt mal einige Altäre ausprobieren. Einfach mal rauszufinden, wo sozusagen der Anfang ist. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das noch sehr schneller, als wenn ich jetzt, ähm... ...schwere, ja genau, als wenn ich jetzt, ähm, rausfinden wollen würde, was in diesem Rätsel auf sich hat. Vielleicht muss ich auch mal genauer drüber nachselnieren. Mit diesem Bild, aber momentan kann ich die wenigsten Götter überhaupt irgendjemandem zuordnen. Diese Bilder sind auch nicht gerade so, dass ich sagen könnte, hey, das ist doch ganz klar, das ist doch Alberich, oder das ist, äh, Halkion, oder Tralala. Also sehen wir alle vielleicht gleich aus. Ähm, so, erstmal hätte ich gerne diese Rüstung angezogen wieder. Dann gespeichert. Und dann müssen wir uns entscheiden, wo wir zuerst denn gehen. Wo Rien, da ist doch Halkion. Gehen wir erstmal gleich hier hin, das ist glaube ich so schön hier unten. Scheiben wir noch 20 Mal angegriffen zwischendurch. Kann auch gerne abmal zu mal Leute von der malochischen Hand wiederkommen. Die können ein paar dunkle Gewänder geben, oder in die Schattengewänder heißen die ja. Das ist kein Problem für mich. Aber alles und allen können ich momentan ein bisschen auf diesen Kampf, äh, auf die ganzen Kämpfe verzichten. Denn wir wissen ja, dass, äh, wir letzten Mal schon relativ viel gekämpft haben. So, hier ist der Dingens drin. Und ich weiß, dass wir das Ding schon repariert haben. Genau. Wir speichern das Ganze mal. Und was ich mal kurz vorher machen möchte, ist, äh, die falsche Taste zu drücken. Nein, C vor allem. Äh, ist mir kurz meine Wertenummer aufzuschreiben. Wir haben Stärke 8, damit ich mal weiß, was jetzt sozusagen, äh, als ob eine Veränderung eingetreten ist. Konstitution 8. Wir haben Geschick 8. Wir haben Schönheit 8. Völlig klar. Wir haben Intelligenz 16. Das wird noch langsam. Wir haben Willenskraft 8. Wahrnehmung 16. Und Charisma, großartiges 20. Okay. So, hab ich jetzt kurz mal, äh, notiert. Und Halkion, was wollte Halkion eigentlich haben? Halkion wollte einen Olivenbaumzweig haben. Das ist okay. Das kriegen wir wohl hin. Du scheinst das richtige Opfer dargebracht zu haben. Aus irgendeinem Grund will Halkion es nicht annehmen. Okay. Halkion, äh, haben wir jetzt also fertig. Nehme ich mir also einen weiteren Zettel. Schreibe auf. Halkion ist nicht Nummer 1. Zuletzt haben wir ja, zuerst haben wir ja Talk gehabt. Ähm. Mache ich mal ein Kreuzchen einfach davor. Oder kein Kreuzchen. Der Name reicht völlig. Halkion ist offenbar nicht Nummer 1. Wahrscheinlich müssen wir Halkion in irgendeinem anderen reinfallen. Oder nach jemand anderem irgendwie hinbekommen. Oder, äh, anvisieren. Opfern. Opfern. Das ist das richtige Wort, was ich gerade gesucht habe. Okay. Ähm. Können wir die Rüstung jetzt wieder anziehen? Draußen in der Natur ist es ja gefährlich. Wenn wir dann mal in der Natur geraten. Genau. So, wir haben jetzt hier wohl Reiden. Wir haben die verbotene Gru. Wir haben einen alten Tempel. Wir haben Beleirogriffs versteckt. Aber da ist kein, da ist kein Dinges gewesen. Ähm. War hier eigentlich noch irgendein... Äh. Dinges? Ein Altar? Weiß ich gar nicht. Das Heim der Williamson. Da war ich übrigens auch noch nicht. Hier war noch ein Altar der Knochendolch. Das hat mir, glaube ich, nichts Gutes gebracht. Deswegen gehen wir erstmal nicht dorthin. Torx Altar, da waren wir schon. Dann müssen wir halt so machen. Ähm. Was gibt es denn noch hier in meiner Nähe für Altäre? Bei Uraltes Labyrinth habe ich fertig. Wir haben Liebes Werkstatt. Black Goode, da gab es nichts. Dernholm gab es, glaube ich, auch nichts. Nebelbergen, Absturzstelle. Ähm. Turins Steinbruch. Da war, glaube ich, nichts. Ähm. Aber hier beim Steinmetz, klar. War das hier? Oder war das beim Rad, klar? Naja, finden wir ja gleich raus. Dann gab es noch irgendwie den, äh, den, den, äh... Altar von Albrich. Mal gucken, ob der sich, äh, gut opfern lässt. Oder war das der Rad, klar? Das war, glaube ich, der Rad, klar. Äh, Leute. Ganz ehrlich. Machen wir uns nicht lächerlich. Gut. Habt ihr irgendwas Gutes dabei? Du nicht. Du hast zumindest Geld dabei. 77 und eine Rüstung. Die nehme ich doch gerne mit. Auch das Schwert nehme ich mit. Und auch... Ne, du hast keine Rüstung. Du hast nur eine rostige Axt. Das ist okay. Dann gehen wir mal weiter. Über Tarant mal wieder. Leute, das ist ein einziger Ork. Level 8, auch wenn es ein Hauptmann ist. Oh, ist jetzt schon tot. Ich wollte ab einer Rad, gerade Pause gedrückt, herauszufinden, äh, wie ich ihn gut angreifen kann. Oder schnell angreifen kann. Hat sich schnell erledigt. Äh, ich habe übrigens vergessen, weitere Ringe mitzunehmen, weil ich glaube, Markus hat noch ein paar Ringe dabei. Zack. Und ein Schwertchen noch. Und das geht am besten gleich mal an dich weiter. Lass mich eure Ware sehen. Hier, bitte. Äh, da. Und ein Schwert. Und noch ein Schwert. Und würdest du bitte mal irgendein einzelner Schwert... Warte mal. Können wir eigentlich wieder Varomon geben? Ein Schwert. Und noch ein Schwert. Gut, wir können weitergehen. Jetzt nichts passiert. Wie sieht mein Level aus? Ja, ein gutes, gute 40% voll. Ich bin echt gespannt, was passiert, wenn wir alle Altäre voll haben. Übrigens kann man mal sagen, so weit im Spiel, wie bisher war ich, glaube ich, bisher noch nicht. Also vor allem in der Hauptstory. Ich wurde da schon mal in den Kommentaren gefragt. Ähm, die Hauptstory habe ich, glaube ich, noch nie so weit gespielt. Ich habe, glaube ich, nie diese Elfenstadt da oben entdeckt. Diese Erdukelelfenstadt. Äh, wie war es letztes Mal, war ich, glaube ich, in Quintara. Kurz danach noch ein bisschen. Aber mehr habe ich nicht gemacht. Gehen wir gleich hier rein. Sind wir hier richtig? Äh, das sind wir auf gar keinen Fall. Nee, 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 sind wir nicht. Ähm, wir müssen wirklich zum Radclan hin. Da war Alberichs, Alberichs Dingens. Alberichs, äh, Altar. Da war ja auch der König, natürlich. Geht's bitte raus. Dankeschön. Und wir müssen zum Radclan. Äh, das heißt, wir müssen... Steelwater ist hier oben. Okay. So, so, so. Auch in Steelwater haben übrigens wieder noch was zu tun. Das Amulett zu finden. Habe ich nicht vergessen. Und ich gehe mal davon aus, dass der komische Elfen, äh, Altar irgendwie in Quintara ist. Oder dass ich ihn entweder vergessen oder übersehen habe. Aber sowas kann ja passieren. Ich sehe schon wieder, das wären hochproduktive Folgen hier. Aber es muss es auch mal geben bei solchen alten Spielen. Gerade eben das Rätseln. Also manchmal hängt man halt so ein bisschen auf den Schlauch. Aber momentan lief es ja eigentlich relativ gut für die, also gemessen an der Komplexität der Rätseln, muss man klar sagen. Haben wir eigentlich irgendwelche Ginkah-Wurzeln hier draußen? Das wäre gar nicht mal schlecht. Können wir nämlich echt jede Menge gebrauchen. Und das ist ja echt rar. Oder die sind ja echt rar. Offenbar nicht. Gut, gehen wir rein. Gut, dass wir auch ohne Radplanbrille reinkommen. Das freut mich sehr. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie das nun mal war. Äh, wie wir noch mal zum Altar kamen. Ich glaube, der war, also auf jeden Fall auf einer unteren Etage. Das ist ja ganz offensichtlich. Und der war dann irgendwann relativ weit im Westen. So, weh. Na, danke. Äh, war das hier? Schön ist auch, dass die Kampfmusik die ganze Zeit ertönt, obwohl kein, kein Angriff gestartet wurde. Ne, hier war das nicht. Aber vielleicht kann man ja unter, hier unten gehen. Hier unten gehen, hier nach unten gehen und, äh, irgendwie zum Altar kommen. Obwohl das aussieht, wenn man wieder nach oben gehen würde. Hm. Der Altar. Alles gut. Alles gut. So, gleich einmal rausfinden, ob, äh, Alberich der Richtige ist. Oder uns irgendwie empfängt. Ich hoffe wirklich, dass wir nicht irgendwie eine exakte Reihenfolge, äh, bekommen müssen. Oder, äh, befolgen müssen. Weil wir haben ja ganz am Anfang schon Torque geopfert. Und wenn er schon der Falsche war, dann habe ich das Spiel gerade schon verloren. Also zumindest diese, 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 diese Quest. So, F7. Altar. Du bist wirklich Alberich, oder? Klar, Gott, der Zwerge. Kennst du als Zwergestein? Ja, genau. Äh. Du bist gesegnet worden. Gesegnet ist Alberich. Wie sieht's aus? Starke Neuen. Ja, wir haben also Alberich, fertig. Alberich. Starke Neuen. Das freut mich sehr. Nichts, was ich jetzt wirklich, äh, was mir helfen würde. Warte mal, dafür die Konstitution acht. Ah. Das ist ja dumm. Geschick acht. Was? Mein Geschick wurde auf 13 erhöht. Schönheit acht ist gleich. Intelligenz 16. Willenskraft acht. Alles gut. Wahrnehmung 16 ist richtig. Chaos Mars. Okay. Also im Prinzip wurde meine, wurde mein Geschick um eins verringert. Ne, Quatsch. Mein Quatsch. Meine Konstitution wurde um eins verringert. Dafür, dass meine Stärke um eins erhöht, wurde auch mein Geschick um fünf erhöht. Okay, sag ich mal. Das ist, das nehm ich doch mal hin. Ähm. Ja, können wir wieder mal anders hingehen. Ich weiß, es gibt ja auch irgendwie System, wo man praktisch nichts verliert. Aber ich nehme an, irgendwann werden sich alle Dinge, ähm, so auspegeln, dass wir letztendlich immer bei allem mehr bekommen. Also wir werden wahrscheinlich mal irgendwann dann Konstitutionen eben mehr bekommen. Wahrscheinlich kriegt man dann letztendlich mit, ähm, bei allen Werten irgendwie plus eins oder plus zwei oder sowas, kann ich mir vorstellen. Aber stimmt, gibt es auch noch einen coolen Bonus, wenn man dann irgendwann den Allvater, den Thron oder den Schrein findet. Den wir wahrscheinlich erst Glück dann bekommen, wenn wir einfach alle, ähm, könnte bitte mal aufhören, diese blöde Kampfmusik zu spielen. Ähm, wahrscheinlich kriegen wir das erst, wenn wir alle Götter irgendwie beendet haben. Ähm, so, Albrecht, jetzt sind wir jetzt fertig. Ähm. Speichere ich einfach mal. Und was machen wir jetzt? Gehen wir über den Hardienstpass. Genau, gehen wir mal rüber, ähm, ins Dingensdorf. Äh. Na. So. So. Über den Hardienstpass. Ähm. Ganz kurz. Äh, nee, nee, so nicht. So meine ich. Hier haben wir zufälligerweise diese komische Essenz dabei. Ja, dann machen wir kurz mal, dann kann Quintara halt. Dann haben wir das gleich weg. Hardienstpass, Quintara, vielleicht können wir auch gleich den komischen Elfen-Schrein finden. Also dumm ist natürlich wieder in den südlichen Teilskonzern zu finden, ist wieder relativ schwierig, weil diese Brücke kann man irgendwie nicht so gut finden. Es sei denn, wir laufen wieder, äh, fünf bis sieben Minuten umher. Ja, das muss ich euch aufgestanden nicht unbedingt antun. Wir sind schon, äh, relativ viel umhergelaufen, wo es irgendwas gebracht hätte. Also zumindest letzte Folge war letztendlich relativ unproduktiv, dadurch, dass wir jetzt neu laden mussten. Aber gut. Solche Missgeschicke passieren halt mal. Nix bin ich übel. Falkenpain, was war denn? Falkenpain, achso, Falkenpain war auch ein heiliger Ort. Wenn Falkenpain ein heiliger Ort war, dann ist vielleicht da einfach auch der Tempel. Oder der, der, der Altar. Keine schlechte Idee, Lars. Keine schlechte Idee. So, hinein mit uns. Guten Tag. Lass mich bloß in Ruhe. Achso, erst mal mit dir sprechen. Seid gegrüßt. Bla, bla, bla. Lass mich hier rein. Vielen Dank. Wer von euch wollte eigentlich die Essenz haben? Wolltest du die Essenz haben? Warte mal erstmal kurz was schön anziehen. Wolltest du die Essenz haben? Seid gegrüßt, Mr. Winter. Habt ihr wohl im Moment Zeit? Ähm, du bist ein Experte im Ausweichen. Das ist ja fantastisch. Mir aber gleichwohl völlig egal. Ja. Geh bitte mal da hoch. Hier lag, glaube ich, der tote Apotheker drin. Ist der tote Apotheker immer noch. Ach ja, hier haben wir auch lustigerweise den, äh, den mysteriösen Zwerg her. Kein Wunder, dass es in der Elfenstadt ist. Bitte geh doch mal so, wie ich das gerne hätte. Manchmal ist die Wegfindung hier ein bisschen hakelig. Aber erstaunlich gut, muss man auch sagen. Dafür ist das Spiel jetzt nicht gerade auf dem neuesten Stand ist. Ja. Und genau bei diesem Moment, äh, in diesem Moment, äh, läuft mein Zwerg vor einen Baum. So, du bist eine Elfenwache und mir damit egal. Hier war, äh, Jormund drinnen. Der, in Anführungsstrichen, Zwerg. Zwei Meter groß und immer, immer mehr wachsend. Der ist noch skurriler als, äh, als der Magnus, unser wunderbarer Stadzwerg, der irgendwann anfängt, sich riesige Steine einzustecken, was ja lustig war. Swift. Nochmals danke, dass ihr mich nach Rand gebracht habt. Das ist, äh, gern geschehen. Hat sich auch total gelohnt. Du bist einmal hingegangen, du hast gesagt, wie schön es ist hier. Und dann bist du immer wieder zurückgelaufen. Auch lustig. War hier mal drin, ne, da war noch eine Kiste drin, die wir, glaube ich, schon mal geknackt haben. Wolltest du diese Essenz haben, Thorn? Sag, gegrüßt, Thorn. Würde ich mir einen Moment eurer kostbaren Zeit schenken? Möchte ich geheilt werden? Eigentlich nicht. Wer ist mit einem kleinen Geschäft? Ah, du bist die Schmiedin. Willst du eine Rüstung haben? Oh, nee, das willst du nicht. Das willst du auch nicht haben. Das ist offensichtlich gestohlen. Das ist offensichtlich korrekt, ja. Was hast du eigentlich so? Oder bist du die Magierin? Das ist ja, wenn wir denn den Mist haben. Lass mal. Äh, bitte gehen wir da runter. War hier nicht noch ein anderer Händler oder sowas? Okay, jetzt hakt aber echt ein bisschen mit der Bedienung hier. Gut. Wolltest du? Uh, Whisper, wolltest du die Essenz haben? Hatte wohl einen Moment Zeit. Ach, eine Lichtessenz brauchst du? Keine Ah. Ich hoffe, dass ihr bald etwas davon findet. Und das kann ich mir in der Studie nicht vorsetzen. Okay. Das ist ja mal schade. Jetzt haben wir die Person gefunden, die die Essenz hat. Aber leider... Oder die die Essenz haben möchte. Aber leider haben wir die falsche Essenz. Wir können also die Essenz, die wir haben, im Prinzip verkaufen, oder? Und hier unten war, glaube ich, auch nichts mehr Wichtiges. Ich glaube, hier gab es noch wenigstens einen Händler. Warst du das? Sag gegrüßt, Illumin. Du musst dich wohl einen Augenblick auf den Kastbarzeitenanspruch nehmen. Achso, du willst Mitril haben? Wer ist mit einem Tauschgeschäft? Du willst alles nicht haben. Du würdest aber Kugeln verkaufen für neue Münzen. Du kannst mich aber auch mal gern haben, mein lieber Freund. Willst du irgendwas von diesen lustigen Edelsteinen haben? Das brauchst du alles nicht. Och, der feine Herr braucht es alles nicht. Ach ja. Ich soll die ganze Zeit keine Kohle mitnehmen. Aber jetzt habe ich Kohle, Martin. Seht ihr da? Ich habe keine Kohle mehr, um diese Kugeln zu verwurschen. Aber egal. Willst du Gift haben? Willst du eigentlich überhaupt irgendwas haben? Und warum verkauft ihr eigentlich mal alle die ganze Zeit irgendwelche magischen Dinge? Weil ihr Elfen seid. Äh, Ivora, ich sagte doch, dass ich mich in Ruhe lassen soll. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Bitte geht. Ist ja gut. Dann gucken wir noch ganz kurz bei der, äh, kurischen Hochwohlgeborenen vorbei. Um rauszufinden, ob wir da noch ein Tempel haben oder sowas. Moment, ich rede mal nochmal mit dir. Speichern wir kurz mal. Ah ja, ihr schon wieder. Wie darf ich euch... Ja, Moment, Zeit für ein Gespräch. Wie darf ich euch behilflich sein? Über die Vision eurer Mutter will ich eigentlich gar nicht sprechen. Kann ich mal hier rein? Offenbar nicht. Das ist jetzt für mich verschlossen. Dann können wir insgesamt wieder gehen. Hier ist also auch kein Altar. Aber ich glaube ein Falkenstein, das könnte durchaus sein, dass es ein Altar ist. Würde ich ganz gerne mal vorbeigucken. Wir dürfen ja nur kein Blut vergießen. Das habe ich schon, äh, das weiß ich noch. Dann laufen alle Tiere ganz friedlich beieinander, äh, miteinander umher. Das ist auch völlig in Ordnung. Können sie auch ruhig machen. Andernfalls würden sie wahrscheinlich sowieso sterben, wenn sie mich angreifen würden. Ähm, speichern. Und auf nach Falkenpein. Nicht Falkenstein. Angriff zwischendurch von der Lichtessenz wäre da völlig in Ordnung. Näher, wir sind am Tag hier. Ich würde gerne bis zum Morgen warten. Äh, hä? Äh, nee? War das hier nicht? Irgendwie müssen wir nach unten lang, genau. Ah, genau. Einfach den Weg folgen. Hallo, lustige Affe. Na, gibt es hier ein Tempel? Oder ein Altar? Oder beides? Hier gibt es auf jeden Fall das Lager noch. Eine verschlossene schwarze Truhe. Haben wir die schon mal geknackt? Nein, haben wir nicht. Können wir eigentlich mal versuchen, oder? Äh, speichern. Knacken. Okay. Knacken. Vielen Dank. Fässer noch irgendwas? Nö. Äh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier ansonsten gar nichts gibt. Bestimmt ist es total versteckt hier, der tolle Schrein. Im Wald. Das kann an der Weile dauern. Kann man vielleicht unten lang? Ja, aber was nützt es mir? Ich sage es euch, ich habe keinen Schimmer. Aha. Ich wette, das ist ein, äh, zufällig generiertes, äh, Muster aus irgendwelchen, dieser komischen Baumdingel hier. Dieser Baumhöhlen. Die aber nichts bedeuten für mich. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Oder ist der See irgendwas Besonderes? Ist da am See irgendwas? War das das einzig Auffällige hier? Nee. Was bist du denn an? Äh, Schweinchen, okay. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, gerade bei solchen Dingen hier, ähm, dass wir halt praktisch hier nur die Weltkarte aufrufen können. Also wenn ich jetzt W drücke, sehe ich, dass ich ein Falkenpein bin. Das ist wundervoll. Nützt mir jetzt mal nicht so richtig viel. Aber auch hier scheint es momentan keinen Tempel zu geben. Okay, das ist eine relativ große Höhle. Mit absolut nichts drin. Ja, super. Sowas wäre super in Minecraft, aber ansonsten eigentlich nicht. Ich glaube, hier finden wir nicht so richtig viel. Gut. Dann speichere ich das Ganze nochmal und wir gehen wenigstens mal zum, äh, Dorf der Bedokan. Zack. Da ist auch noch ein Tempel drin in Tsengang. Obwohl die ja alle relativ versteckt sind, die ganzen Dörfchen hier. Ein Goldbärchen. Oh, ich habe immer die Wetttaste gedrückt mal irgendwann. Ein todes Goldbärchen. Wir können weitergehen und noch vorhin so Kadura-Wurzeln mitnehmen. Kadura-Stengel. Wo ist geguckt? Nein, die Wurzel ist nicht dabei. Die Gika-Wurzel. Die wir alle unbedingt haben wollen. Dann nehmen wir halt doch einen Kadura-Stengel aus Frust mit. Wahrscheinlich wachsen jetzt nur Kadura-Stengel. Keine Gika-Wurzel mehr. Um mich zu verhöhnen. Weiter geht's. Hier sind ja auch irgendwie, dass wir irgendwie im Schimmerwald oder durch irgendeinen Sumpf irgendwie diese Lichtessenzen finden könnten. Okay, es hat eine Weile gedauert. Ich hätte gerne das Geld von dir. Und die Schwerte sollte ich auch nicht mehr mitnehmen, habe ich gelesen. Ähm. Weil die letztendlich nicht viel bringen. Dafür aber relativ viel Inventar. Es ist erledigt. Kosten. Dankeschön. Das Geld nehme ich aber trotzdem mit. 18 Gold. Lieber soll ich die Bögen mitnehmen, wurde mir gesagt. Schwarzbären. Ein toter Schwarzbär, ein zweiter toter Schwarzbär, ein dritter toter Schwarzbär. Wir müssen weiter. Ja, nicht schlecht, wenn wir irgendwas Neues wiederfinden würden hier. Bestimmt gibt es hier noch hier relativ viele Ortschaften bestimmt. Ganz tolle Dinge. Ich kann versuchen, hier an der Küste nochmal lang zu gehen. Oder mal hier rechts lang zu gehen. Ist ja immer nicht schlecht. Vielleicht finde ich da noch irgendwas Geiles. Ja, vielleicht auch hier bis zum nächsten. Dann gehe ich nochmal raus. Ja. Kann ich jetzt hier bitte warten, bis zum Morgen schlafen. Und gehe jetzt hier wieder rein. Tada. So. Ich würde gerne den Altar aufsuchen. Der war, glaube ich, relativ schlicht hier, nicht wahr? Hier ist noch eine Gruhe. Grube des Krieges oder Grube des was auch immer. Wobei mir übrigens noch... Ach, hier ist der Altar, genau. Wobei mir übrigens noch einfällt, dass wir... Speichern. Dass wir nochmal in diese komischen Gruben reingehen können. In... Wo war das? In Ashbury oder keine Ahnung wo. In Blackroot möglicherweise auch. So. Jetzt muss ich kurz meine Werte wieder neu notieren. Weil die habe ich jetzt wieder verändert, logischerweise. Stärke ist jetzt 9. Conti ist jetzt 7. Geschick ist jetzt 13. Schmerz 8, 16, 8, 16, 20. Gut. Das haben wir. Gespeichert. Was wolltest du haben? Ähm... Bam, 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 bam. Makal wollte einen Herzstein haben. Den ich auch hier zugeheiße habe. Seegungs Makal. 8, 7, Geschick 14. Also ein Geschick mehr. Schönheit ist gleich geblieben. Intelligenz ist gleich. Ein Geschick mehr. Das ist doch schön. Makal ist fertig. Wundervoll. Wundervoll. Da kann ich auch nicht mehr oben durchstreichen. Ich habe Makal. Warte, ich habe Tork schon. Ich habe Makal. Ich habe Alberich. Fällt mir gerade ein. Wir waren doch vorhin in Stillwater. Warum bin ich nicht einfach da gleich in den Teppel reingelaufen? Ach Kinder. Furchtbar ist das hier. Egal. Können wir immer noch machen. Also ein Altar werde ich ganz gerne noch mitnehmen. Auch wenn es jetzt schon gleich die Spät wird mit der Aufnahme. Grauberg. Ich will unbedingt mal hier noch ein bisschen was absuchen. Was machen wir erst vielleicht mal nächstes Mal. Oder überhaupt irgendwann später. Dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal dorthin und dorthin. Ja. Und dann nach Stillwater. Da könnt ihr bei dem Schmied auch nötigen, falls ihr diese großen Rüstung verkaufen, die gerade Dings mit sich rumträgt. Sock und die Schwerter. Brauchen wir nicht unbedingt. Könnt mich wohl bitte mal ein Lichtessenz eingreifen. Das wäre super. Hallo, ein Lichtessenz bitte. Lichtessenz. Also nur ein Lichtwesen irgendwie. Ein Goldbär ist zwar für mich tatsächlich ein Lichtwesen, aber du hast keine Lichtessenz dabei. Ich bin schon so desinteressiert an den Kämpfen, weil ich so gewinne gegen so einzelne kleine Gegnerchen, dass ich schon währenddessen nach Pflanzen gucke. Ja, auch bei euch. Gut, du bist tot. Du hast Geld dabei. Elf an der Zahl. Elf Geld. Und du hast 17 Geld. Und der da hinten hatte... Äh... Acht... Münzen. Wie nett von euch. Wir gehen also weiter. Über den Hardingspass. Nicht... Ach, Stillwater. Oh, ein Junge ist und seine Eltern. In trauter Familien Eintracht sind sie alle gestorben. Oder wurden sie zerhackstückelt. Keine Pflanzen. Was ist denn das für ein Wald, sag mal? Er geht's ja mehr im Wald vor der Haustür, den ich nicht habe, mehr. Okay, diese Wälder sind Geschichte. Und in Stillwater weiß ich auch, dass wir noch ein Medaillon finden können. Ein Amulett oder irgendwas in der Richtung. Ich bin wieder nachts angekommen, im besten Willen. Äh, bis zum Morgen warten. Hallo, Schmied. Ähm... Wir haben bestimmt tolle Dinge für dich. Äh... Warte mal. So. 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 Und so. Genau so ist das. Dann würde ich ganz gern mal... Erstmal dir... Diesen Krempel hier geben. Und dann die Schwerter noch an mich nehmen. Habe ich meine schöne Kleidung an? Das habe ich leider nicht. Dann machen wir das so. Wir ziehen uns erstmal aus. Ziehen dann unsere schöne Kleidung an. Und verkaufen dann den Kram. Äh... Diesen... Ich würde gern handeln. Genau. Nimm diese Rüstung von 187. Und hier. Die ist für 58 jeweils. Du verkaufst Pfeile. Verkaufst du was Kleines? Das ist leider nicht der Fall. Aber du verkaufst Kugeln. Das ist immer schon mal schön. Die können wir uns ja gerade reichlich leisten. 25.000 Gold ist... Ist ordentlich. So. Hast du ein Amulett dabei? Nein. Ein verschlossenes Fass. Das Dume ist... Ähm... Wenn du davor stehst... Wirst du dich wahrscheinlich klauen. Äh... Wirst du wahrscheinlich ein Problem damit haben. Wenn man versucht das irgendwie aufzubrechen. Da ist eine Mülltonne. Und irgendwelche offenen Feuer. Aha. Kohle. Äh... Kurz mal gespeitert. Bevor hier jemand durchs Feuer läuft. Und damit seine Rüstung oder sowas zerstört. Dann gehen wir mal weiter. Der Tempel der Gästianer war glaube ich da oben oder sowas. Nicht wahr? Er hat auch ein Bewohner. Freundlich. Was hast du eigentlich für eine... Für eine... Äh... Nicht wahr? Liebesens Liebe und Verlangen gleich mal an einem Ort. Äh... Ah ja, da ist sie. So. Gästianer. Die Statuette des Altars fehlt. Du kannst kein Opfer da bringen. Es ist schön euch wieder zu sehen. Lebt wohl. Die Statuette des Altars fehlt. Oh. Das ist ja dumm. Wie... Wie kann ich die wiederfinden? Der Auftrag habe ich wahrscheinlich schon bekommen irgendwann mal. Gucken wir doch mal so ein wundervolles Auftragsbuch. Er hat der Fugtegeist von Charles Brego. Alles erfüllt. Wunderbar. Oder mehr oder weniger. Das Amulett. Ein Taler. Genau. Das brauchen wir noch. Ein Elf-Amulett. Das suchen wir nämlich gerade. Angenommen. Ich brauche die blöden Schädel immer noch. Ähm... Was gibt's noch? Ogdyn möchte, dass du ihm das Buch die Hand bringst. Ach ja, stimmt. Ich weiß nicht, wer Ogdyn war, aber schön, dass wir das noch machen müssen. Angenommen. Finde heraus, was er aus dem Schwarzbergklang geworden ist. Haben wir mittlerweile eigentlich schon. Angenommen. Erik Obsidian möchte, dass du vielleicht den verschwundenen Begräbständer des Eisenklans findest und den Duggenstein zurückbringst. Ja, das können wir wahrscheinlich machen mit dem Buch, was die Dame in Karnadon hat. Angenommen. Töte sich drei Wildschweine. Nein, mache ich nicht. Äh, angenommen. Brigilla, die Priesterin von Stillwater, hat dich mit der Aufgabe getraut, die Stuhl-Statue ihrer Göttin Gästern zu suchen. Genau. Jetzt muss die Frage, wo wir die finden könnten. Erwähnt. Illumin möchte, dass du etwas Vitrilo, nein, aus den Höhlen des Radplans besorgst. Das schön. Angenommen. Wispa möchte, dass du ihr die Essenz anerdeckendes Flug legst. Genau. Angenommen. Erkundige dich im Dorf der Dunkelelfen nach Mingurat und erstatte Ravenia darüber bricht. Ich dachte mir in der Stadt und kein Dorf. Aber okay. Ähm. Lilian Mist möchte wissen, wer verbreitet hat, dass ihr verblichener Ehemann das Buch Schrecken unter den Dunkelelfen besaßt. Das wäre nicht was wir mittlerweile erfüllen könnten in diesem Auftrag. Suche für Hieronymus. Maxim einen Beweis für seine Flugmaschine. Ja, ich kann leider nicht fotografieren momentan. Äh. Renzo möchte, dass du Frederik das gestohrene Familie-Erfstück unterschiebst. Das mache ich nicht. Gut. Dann wird das Letzte sein, was ich heute noch in dieser Folge mache, die so relativ lange ist. Ähm. Herauszufinden, wer das verdammte Amulett haben könnte in Gestiana. Äh. In Gestiana. In Stillwater. Und dazu werde ich einfach mal alle Händler, die ich hier kenne und auch nicht kenne, befragen und in den Inventar gucken. Also bei allen, die überhaupt in den Inventar allgemein gucken können. Um herauszufinden, ob die schon irgendwas, ob die irgendwas haben. Geh mal kurz hier rein. Guten Tag. Sagten, grüßt, werter Herr. Ähm. Nein. Du nicht. Wer bist du? Äh. Darf ich eine Frage stellen? Ähm. Genau. Gibt es irgendwas Ungewöhnliches, dass ich nicht wissen müsste, Sier? Wenn ihr einen guten Klinge sucht, gibt es keinen besseren Mann dafür als Richard Leaks, den Schmied der Stadt. Er ist ein... Jaja. Okay. Das ist bla bla bla. Und du, Frau? Habt ihr euch verirrt? Hallo? Durch eine Frage stellen. Was braucht ihr Sier? Irgendwas Ungewöhnliches vielleicht? Habt ihr von den... Er hat das von Atkin Chambers tragisch in der Vergangenheit gehört, auf solche Weise verkrüppelt zu werden? Dieser Stout ist wirklich ein Barbar. Ja. Aber Stout ist aber okay. Ähm. Ist es verschlossen? Nein. Wie günstig. Gucken wir uns mal die Fässer hier an. Ob da irgendwas drin ist. Nichts Sinnvolles. Für mich zumindest. Ein Heiltrank. Okay. Den kann er wirklich gerne haben. Aber der hat, glaube ich, noch genug. Auch das ist unverschlossen. Wie günstig. Sehr nett. Dankeschön. Dann müssen wir auch schon wieder gehen, nicht wahr? Was war eigentlich hier drüben für ein Haus? Gemischtwarenladen. Na, da gucken wir doch gleich mal nach. Äh, F7? Wie ist das Amulett? Ein Nentalie oder sowas? Äh, kleines Geschäft. Was hast du denn so? Du hast kein Amulett dabei. Das ist schade. Äh, hast du eine kleine... Eine kleine Lederrüstung. Super. Die reicht doch erstmal für den lieben, äh, Magnus. Und das hätte ich gern zweimal. Und die Kugeln, die du für vier Münzen als Stück verkaufst, ist doch völlig in Ordnung. Hm. Ja. Können wir so lassen. Magnus. Du bist nicht Magnus, ich weiß, aber das ist mir gerade egal. Willst du das da haben? Bestimmt. Kannst du dich deine komische kleine Wildejacke wegpacken. Und die kann man direkt wieder verkaufen. 167 Münzen. Na, bitte. Ähm. Ja. Hier sind irgendwelche Fässer, die ich aber allesamt nicht betrachten kann. Karte. Ne, komm. Ganz ehrlich. Jetzt. Karte, genau. Ähm. Waren wir hier schon? Dieser kleine Hütte da hinten. Ich glaube es nämlich ehrlich gesagt nicht. Kurz mal speichern. Kommt mir zumindest nicht bekannt. Wir waren ja irgendwie schon weiter in Richtung Norden unterwegs. Das ist richtig. Aber hier? Hallo, ist hier jemand? Ja. Willst du? Diesem Typ ist etwas nicht zu stimmen. Er ist aufmerkwürdige Weise wunderschön, aber das scheint irgendwie nicht richtig zu sein. Einen schönen Tag auch, Seer. Okay. Oh. Das ist doch ein Blinder, dass ihr die gesturrene Statuette habt. Ja, komm. Er fängt an zu schwitzen und sieht sich misstrauisch um. Was meint er damit? Ich weiß, dass ich die Statue gestohlen habe. Ich bin willkommen, um sie zurückzuholen. Erstmal, warum habt ihr die Statue gestohlen? Vielleicht gibt er sie uns irgendwie raus. Sie hat bestimmte Kräfte. Sie ist nicht magisch und doch verändert sie all ihre Besitzer. Ich war einst eine hässliche Person. Jeder hasst ihr. In einer Stadt, in der jeder geliebt und willkommen geheißen wird, war ich ein Ausgestoßener. Aber seit ich die Statue besitze, behandeln mich die Leute mit Liebe und Respekt. Das ist nicht mein Problem, ich bringe sie zurück, oder? Ich verstehe, dann sollt ihr die Statue überhalten. Guten Tag. Nein, so gut bin ich nicht. Ich will auch meinen Segen haben. Was ist das für ein Riesending da hinten, Christe? Ihr seid zu jemalig, dass ich euch zu eurem eigenen Besten töten muss. Oder nein? Vielleicht könnte ich euch aber reden, euch von der Statue zu trennen. Genau. Ich wüsste nicht, was ich mir anbieten könnte, damit ich meine Meinung ändere. Ja genau, ich werde die Priesterin veranlassen, euch zu segnen. Was würdet ihr tun? Das wäre ganz wundervoll. Weil dann würde ich endlich angenommen, hier ist der Schlüssel zu dem Raum, in dem ich die Statue aufbewahre. Vielen Dank. Ich befürchte, ich weiß, was in der großen Kiste ist. Ach, zehn Steine nur. Also cool. Statue der Göttin Christiana. Die sieht aber echt schön aus. Also eine schöne Statue. Wenn ich erstmal direkt richtig falsch hier ins Inventar packe. Ich hätte befürchtet, dass das ein Riesending ist jetzt. Cool. Danke. Das ging ja einfach. Ah, ganz kurz. Hast du was zum Handeln? Hallo? Nee. Man kann ja nie wissen. Einmal auf die Karte gucken bringt doch so viel Neues. Das ist ja wunderbar. Dann gehen wir noch zum Tempel der Gesterna und können ja gleich mal versuchen, da die Passionswurzel unterzubringen. Super. Und wir sind auch fast bei einer Stunde Laufzeit mit dabei in der Folge. Naja, was soll es sein? Muss ja auch einen Vorteil haben, wenn man auf zwei Leadsplates runtergegangen ist pro Woche. Äh, nein, nicht am Penner vorbei. Da will ich wieder weitere zehn Münzen haben. Es ist ja langsam genug hier. Genug, Penner. Genug. Oder Obdachloser. Das ist das schönere Wort. Speichern und rein. Erstmal müssen wir natürlich versuchen, ihn segnen zu lassen. So, Brigida. Sieht dich lüstern an. Oh, ihr seid jetzt. Ihr seid irgendwie anders. Vielleicht habt ihr einen Moment Zeit, ob das ich euch mit dem Lehren unserer Götter vertraut machen kann. Warte mal ganz kurz. Was hat das gerade für eine Auswirkung gehabt? Schönheit 10. War so um zwei erhöht worden. Lüstern, na komm. Mein Charisma ist sowieso schon hoch genug. Ähm, natürlich. Nein, leider ist Adolf kein, äh, nicht an Frauen interessiert. Ähm, außerdem weiß er nicht wieder, wie sie aussieht, wenn sie ihre Kutte ablegt. Naja. Ähm. Nein, danke. Ich bringe euch die Statue zurück. Hier gibt's ehe Statuette. Ich danke euch vielmals und segne euch den Namen unserer Göttin. Eigentlich hat Marley sie gefunden. Ich denke, ihr solltet ihr, 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 ihn solltet ihr auch segnen. Oh, das ist eine exzellente Idee. Ich wünschte, daran hätte ich früher gedacht. Das wird erledigt. Dann mache ich jetzt mal auf den Weg. Bitte nehmt doch, äh, an unserer Feierlichkeit teil. Trinkt zur Feier einen Schluck Gewürzwein. Warum nicht? What the fuck? Menschendorfbewohnerin siehst Reaktion liebevoll. Und offensichtlich auch nicht bekleidet. Das war ja eine geile Party, was? Alter, seid ihr alle tot oder seid ihr, ne, ihr seid nur, äh, bewusstlos mit minus 1646 Prozent. Also es wird noch ganz lange dauern, bis ihr mal wieder aufwacht. Der Rollenspieler guckt natürlich erstmal, was es zu looten gibt. Es gibt nichts mehr zu looten. Das ist also eure Party. Okay. Das war ja, war ja anregend, Brigida. Wie schön ist ja, äh, äh, dass, äh, wieder jemand von der Göttin gesegnet wurde. Wurde ich wirklich gesegnet? Oh ja, Schönheit 9. Cool. Könnte ich mal aufschreiben. Aber kann ich das vielleicht noch ein bisschen steigern, indem ich, äh, der Göttin doch eine Passionswurzel gebe? Erstmal speicher ich. Hier, Passionswurzel, Alter. Geil. Ich glaube, das lade ich kurz mal wieder. Und gucke mir das nächstes Mal noch etwas genauer an. Aber nächstes Mal. Lassen wir kurz mal rausgehen. Äh, ich würde ganz gerne in diesem, äh, genau, in der, in, 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 in der, in der nächsten Folge, in der wirklich nächsten Folge, weil ich versuche, noch ein bisschen das Amulett zu finden hier in, 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 in Dingens, äh, in, in Stillwater. Wir haben ja jetzt schon die meisten Leute abgesucht, deren Inventar wir abgerasen konnten. Ich denke, ich bin Spannladen, oder? Ja, genau. Dann müssen wir also praktisch noch hier hoch, da hoch, hier hin, genau, da hin und vielleicht nochmal die Höhle gehen, hier nochmal rein. Äh, und wenn es davon keiner hat, ist es wahrscheinlich in irgendeinem Behältnis. Wer weiß. Gut. Wir sehen uns also beim nächsten Mal. Achso, übrigens, beim nächsten Mal natürlich dürfen wir noch versuchen, andere Altäre noch abzuklappen, also Bolo noch und dann werden wir nochmal nach Kaladon gehen, wenn wir schon da sind. Und, ähm, also Kaladon ist ja, hier ist ja irgendwie Bolos Altar oder sowas, ich glaube das, um in dieser Ort, Ort, hier, Witterte als Steinaltar. Ähm, deswegen müssen wir gerade schon eh wieder hier hin, mit dem Schiff wahrscheinlich reisen und danach gehen wir mal wieder nach Kaladon und sagen, der Witwe, Bescheid, wer ihr es verraten hat. Und wir werden noch sehen, was wir noch so alles machen. So wahnsinnig viele Nebenquests haben wir gar nicht mehr, da können wir auch schon fast wieder mit der Hauptstory weitermachen. Aber wir können auch versuchen, noch ein bisschen, alternativ, äh, uns hier ein bisschen rumzuschlagen, wo wir noch gar nicht waren. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir auch hier immer noch wahnsinnig viele Dinge, äh, viele Orte nicht gesehen haben. Und wahrscheinlich auch hier und hier, eigentlich überall. Ähm, aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis, warte mal. Ja, doch. Wir sehen uns noch einmal wieder. Wollen wir uns beim nächsten Mal wieder? Ne, sehen wir nicht. Oh, Entschuldigung. Ich, äh, ich muss mich entschuldigen. Wir sehen uns tatsächlich gar nicht nächste Woche wieder, weil nächste Woche ist die Weihnachtswoche. Ähm, da wird es ein bisschen ein anderes Programm geben. Es wird eine Folge Arcanum geben, aber das ist nicht unbedingt die reguläre Folge. Ähm, es wird auch wieder ein Weihnachts-Special geben. Ähm, das, also das hat auch mit dem Arcanum ja wiederum zu tun. Das kennen vielleicht Leute, die schon längere Zeit bei mir dabei sind, äh, kennen das bereits schon und wissen bereits, dass es schlimm ist und schlimm werden wird. Aber, ich habe Spaß daran jedes Jahr und ich, äh, stehe darauf jedes Jahr. Das Weitere übrigens will ich noch darauf hinweisen, dass es am 27. Äh, 12. einen Stream geben wird. Näheres dazu in einem weiteren Video natürlich. Aber, es wird einen Stream geben. Also, falls ihr nachmittags, abends nichts zu tun habt, könnt ihr gerne mal reinschalten. Wird lustig. Ja, dann bis, äh, zum nächsten Mal. Sag einfach mal. Bis dann dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.